R-E-W-R-M-S-I-D-E-T Oh! Du! Tundee! Fantastisch gut, oder? Ah! Ja, Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist noch der liebe Ju. Was geht's? Ich bin gut hier. Ah, fuck! Aber du hast Ju-Merch an. Ich bin Fan. Alter, krass. Und das von deinem eigenen Cousin. Wir haben uns heute was richtig Tolles ausgedacht. Nach dem Traum spielen wir Ekelpong. Und wir haben hier 10 Becher. Richtig widerliche Zutaten. Zum Beispiel, ich hab Kokosmilch gekauft. Ich hab noch nie in meinem Leben so ekelige Kokosmilch gesehen. Das ist ja keine Kokosmilch, sondern Kokoscreme. Warte, hört mal genau hin. Hört mal ganz genau hin. Ist einfach widerlich. Ist halt einfach Gips oder Wandfarbe. Boah! Jeder von uns nimmt sich jetzt 5 Becher. Wir haben genau insgesamt 10. Und jeder möchte sich quasi ein paar Drinks zusammen. Es muss ein leckerer Drink auf jeder Seite dabei sein. Sprich so was wie Orangenjaft mit, keine Ahnung, Alter. Mit Fanta zum Beispiel. Super nice. Wolltest du echt machen? Das sieht halt aus wie Feterkäse. Ich mag Feterkäse. Probier mal. Das schmeckt wirklich gar nicht geil. Echt nicht? Nice one. Sehr gut. Ich würde sagen, jeder brennt sich erstmal vor. Wir können jetzt mal zeigen was wir haben. Wir haben Orangensaft. Wir haben Senf. Wir haben Gurkenwasser. Wir haben Kaffee. Wir haben Fanta, Lassi, Punica, irgendwas. Wollweg, keine Ahnung. Joe, nimm dir mal ein paar Becher und legst mal was zusammen. Okay. Das ist pur. Schüttel dir mal. Ich glaub das ist noch so Furbfleisch drin, oder? Boah, nicht mal das ist lecker. Zitronenkaffee? Boah! Ich weiß definitiv was ich mache. Mir muss definitiv das Gurkenwasser ran, Alter. Boah, nee. Ich hasse Mutenwasser. Boah, stinkt jetzt schon so. Boah, ich glaub ich mach nur gute, weil du machst wahrscheinlich richtig ekelhaft. Ja normal, das ist der Sinn des Ganzen. Ich nehm noch ein bisschen Fanta. Kaffee mit Fanta und Zitronensirup. Boah, würde locker nicht schmecken. Boah Junge. Oh nein. Boah Junge, guckst dir an, guck mal. Geiler, was ist das? Ich kipp hier einfach nur den Zitronensaft rein. Du musst deinen kompletten Zitronensaft trinken. Ne, das stimmt man. Echt? Ja. Warum? Hey, stimmt ja nicht. Hey, ganz ehrlich, ich nehm den Sipp. Ja Leute, wir werden dann halt diese Zehnbecher aufstellen. Und dann haben wir noch ein paar spezielle Spielregeln, die wir gleich wieder neu haben werden. Alter, ist das ekelhaft Junge. Boah, ich fühl mich echt wie so ein geistig kranker Chemielehrer. Es gibt übrigens noch einen zweiten Part bei Ju zu sehen, Leute. Hier. Da werden wir dann abgucken. So perfekt. Junge. Boah, ich glaub mein Endgegner wird das Zahnpasta-Rosenwasser nicht. Leute, das ist ja richtig widerlich. Ju, ich glaub er wird ein richtig guter Barkeeper sein. Oh, ich glaub er sogar gar nicht, ne? Meinst du gar nicht so? Ne. Also ich würd gerne Bar aufmachen, wo ich nur Scheiße verkaufen würde. Meinst du, das würde laufen? Das wär auch wieder normal. Jemand bestellt einfach irgendwas und du bringst ihm einfach irgendwas. Je nach klassischen Bierporn-Regeln, falls einer von euch Bierporn kennt, Leute. Ich jetzt zum Beispiel so werfen, Leute. Angenommen, ich glaub so. So, man muss einmal auftitschen. Ich hab so geworfen. Ju kriegt jetzt quasi das zu trinken, wo ich rein getroffen habe. Im Prinzip. Ja, richtig. Und der, der getroffen hat, der darf dann nochmal. Macht dir gar keinen Sinn. Ne, ne? Wir sind soweit. Wir haben jetzt hier alles hingestellt. Der Ekel-Contest kann quasi beginnen. Ich hol mal die Banner aus meiner Hintertasche. Ich hab dich schon ein bisschen angewärmt. Spür mal. Nice, oder? Richtig geil, oder? Pass auf. Wir spielen schlicht auf Schnuck, wer anfängt, okay? Komm, let's go, let's go. Schnick, schnack, schnuck. Der gute alte Stein. Der gute alte Stein. Der gute alte Stein mal wieder, okay. Gönn dir den ersten Ruf. Boah, also das Krasse ist, wir sehen gar nicht, was da drin ist. Das ist das Heftigste, ne? Auffitschen lassen, Arm nach hinten und go, ne? Wo es denn? Keine Ahnung. Das ist ja das Ding, wir wissen halt nicht, wo was drin ist. Vielleicht triffst du auch gar nicht. Ich mach den ganz normal, ganz clean. Oh, er hat getroffen. Oh nein! Boah, ich glaub, das ist nur Energy Drink. Nein! Ich glaub, das ist nur Energy Water. Oh Gott. Boah, das war gut, das war gut. Ich hab direkt einen guten abbekommen. Okay, Ju. Ich hab immer Pech bei sowas. Nein! Nein! Allsam! Ach, stimmt. Allsam! Boah, als ob ich so scheiße bin. Du müsstest, Alter. Oh, was ist das? Nein! Boah! Ja! 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 Pah! Ich glaub, es war aber auch nur Kaffee. Ich glaub, das ist dieser mega geile Drink, den ich gemacht hab. Ja, was ist da ein mega geile? Was ist denn da für ein Vollfall, Alter? Was hast du da reingetan? Das hörst du gleich schmecken. Boah, Scheiße. Boah, dieser Ball. Guck dir diesen Ball an, Alter. Boah, immer sauber den alten Kackmogel, okay. Boah, ich kap's ja gleich schon, ne? Hey! Boah, dein Kaffee, der... Boah, was ist da noch drinne? Weiß ich nicht? Boah, diese Stücke hier. Boah, ist das vergammeln oder so? Boah, wie sicherlich ist das? Boah, Frau Ju, diesmal lasse ich nicht davon. Komm schon. Oh mein Gott, die Bächter standen nicht nach und aneinander. Scheiße. Guck mal, Junge. Triff mal einfach nicht, bitte. Triff mal nicht. Ich hab keinen Bock mehr zu lieben. Boah, geht voll klar. Scheiße. Endlich getroffen, Mann. Oh nein. Was ist das? Was ist das? Oh nein. Oh ja. Oh ja, das ist mit Zahnpasta, glaube ich. Oh nein. Oh. Ich bin allergisch gegen Zahnpasta. Lass ich mal riechen, lass ich mal riechen. Es geht, der Geruf geht. Boah, das ist noch in Ordnung, das stimmt. Aber guck mal, der Ball, wie der aussieht. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Periode mit drin. Nein. Es geht. Was ist das? Kokos, ne? Ja, das ist Kokos, ja. Kokos mit? Boah, Kokos. Ekel. Ein bisschen Energydrink und ein bisschen Zitronensil. Kann das sein? Kann sein, ja. Ja. Also würdest du schon in den Handel bringen, oder? Würde ich so direkt verkaufen. Ich auch. Ich auch. Ja, nice. Was möchtest du haben? Senf? Ja, bitte. Easy. Ich habe richtig Bock auf seinen Eindruck. Boah, was ist das? Ich hasse dich. Was ist das? Das ist der Schlimmste. Das ist der Schlimmste. Das ist der mit Gurke und Zahnpasta. Echt? Ja. Riech mal, riech einfach nochmal. Boah. Boah, das ist so ein fetter Knoten. Boah, der Nachgeschmack. Ist geil. Boah, die Zahnpasta. Die killt alles. Jetzt sind nur noch eklige, glaube ich. Nur eklige. Ja. Ja, Mann. Oh, das sieht einfach mal milchig aus. Warte mal. Nee, das ist ein guter, das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Oh, Lassi. Mit Kokos und Kaffee, glaube ich. Ja. Oder Zitronensaft. Ungrig. Es riecht aber auch ein bisschen nach Babykotze. Ja, das ist auch... Schmeckt gut, oder? Meine ich doch, ne? Hey, Burken war schon eklig. Aber ich glaube, Senf und Zahnpasta killt, Alter. Das wird wirklich wieder... Ich meine die gefährlich raus. Die letzten drei müssen wir mit der Wand machen, oder? Mit der Wand? Ja. Willst du versuchen? Wir machen, Leute. Okay. Das wird unglaublich schwer, aber. Oh. Okay, nice. Ich bin zu dumm dafür, oder? Oh. Oh. Nein! Das war so knapp. Ich habe das nicht gesehen. Oh, er ist weggesprungen. Sehr dreckig hier. Oh. Oh. Oh, genau, Alter. Oh. Ist ja nicht wahr, oder? Jetzt triffst du dich. Ich weiß, ich weiß nicht. Du bist jetzt fokussiert, Alter. Jetzt kommt Julien beim Powerkräft jetzt. Ich überlege gerade nur, was du davon trinken möchtest. Gar nichts eigentlich. Achso. Dann nehme ich Senf. Boah, Scheiße. Boah, Junge. Dieser Trickshot, der jemand versucht hat, ne? Boah. Hey, warte mal. Kann es sein, dass in deinem Trickshot-Videos das alles gar nicht First-Tray-Sachen sind? Hier ein Flashback. Gary hat das Stimme gemacht. Oh. Du. Hondi. Hat es auch Stimme gesehen, oder? Ah. Oh. Boah, Junge. Das ist für Ju. Ich hab so einen Links dran, Alter. Dann versuch ein bisschen rechts. Ah, nice. Scheiße. Das ist nicht wahr, Mann, dieses Spiel scannt mich. Ich. Oh. Ja. Ah, ich hab jetzt eine neue Regel. Was? Das hier muss rausfallen. Zwei halt auftischen und dann drei. Okay. Aber ich bin dran. Ja, ja. Okay. Boah, war der knapp. Okay, okay. Jetzt haben wir eine Technik. Der springt jedes Mal da rüber. Ich weiß, was du jetzt reinmachst. Ich weiß, was du jetzt reinmachst. Du lässt nämlich hier vorne auftischen. Oh, nein. Was ist das? Was ist das? Ist das böse? Ich glaube nicht. Nein, das ist nicht böse. Warte mal. Hat ein bisschen Minze. Gönn dir? Schlecker. Machst du wieder mit zweimal auftischen? Ja. Oder direkt reinwerfen jetzt. Direkt rein? Ja, ich bin noch gar nicht gekommen. Okay, versuch mal. Ja. Ja. Aber ich hätte... Egal. 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 Zitronensaft, Junge. Ah, nein. Krass, dass dieser Ekelhaft ist. So wirklich übrig gelegt. Aber sauer. Boah, das ist jetzt mein One Million Dollar. Wenn ich den jetzt lande. Wenn ich den jetzt lande. Nein. 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 Nein, Mann. Alter, nein. 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 Was zum Teufel! Ich dachte mir war schiss gerade. Sie vereistet. G wiped an. Nein. Jaaa! Mann. Ja. Jaaa! Mann! 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 Boah, lass das eh glauben, das ist… Nee! Nee Drew, nee, ich kann nicht. Doch du musst leider Pätoni. Boah, dann erst recht nicht. Geht ihr Tim, Todesmix gleich. Kannst du die Nase schreiten? Das ist ein Motherfee, egal. Sterben tust du eh. Ich muss was mitkutzen. Warte, ich mach mir jetzt noch einen Todesmix, ja? Ok. Ich habe jetzt drei Sachen einfach irgendwie zusammengeklippt, das ist schon wieder Sämt. Ich habe einfach das mit Sämt dabei geklippt. Soll ich das exen? Soll ich das exen? Okay. Das ist meine Beerdigung. Es ist so eklig. Wir erfolgen ihm mal. Das war's von meinem Video, Leute. Wir werden jetzt noch eine extremere Variante bei Drew machen. Wir machen noch ekeligere Sachen. Leute, das war's bei diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Drew vorbei, da gibt's dann mit der Spale. Boodien. 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 Scheiße, Drew. So ein Laster. So eine Beatbox. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.